take it easy take it easy 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 so nehmen wir den noch mit eigentlich hätten wir ja schon fünf aber es sei uns nicht gegönnt dass wir fünf haben hey da unten liegt auch noch einer gut ich bin auch schon einer liegt okay wir schaffen das so scheiße scheiße nein als ob es du ja so da hätten wir auch noch ein stehen komm leute wir schaffen das schon wir müssen das schaffen so den klima jetzt auch noch da haben wir schon mal sieben so den werde ich jetzt aber direkt da wieder hin kloppen den werde ich da nicht reich ich glaube das ging gerade noch mal gut ich glaube da macht es irgendwie spaß leute anzukotzen so jetzt müssen wir nur merken wie ich zurückkomme da ich mir gerade nicht gemerkt hat sich ab ich kann ja nicht helfen kollege es tut mir leid so leid es mir tut ich muss das hier erledigen ihr schafft das leute ich sollte ihnen helfen aber 8 nein lass sie in der ruhe ja ähm und das war wieder ein let's fail äh ja so ein scheiß wir hatten gerade acht zusammen bekommen und schon wieder passiert ist so wisst ihr was ich hab die schnauze voll ich geh jetzt direkt ich äh ja wie ihr gesehen habt ich konnte echt nichts für dass es diesmal so zu ende ging sag ich mal oder zugrunde ging halt die fresse kollege ähm ja äh das war ziemlich scheiße diesmal ich werde wieder die alte technik anwenden wie ihr gesehen habt wurde es viel viel schlimmer wo ich die aufgefüllt habe die tanks als hätte ich sie hingeworfen nur irgendwie haben die sind die schlauer geworden und haben die tanks einfach mal so auf dem dach geschmissen wo ich nicht mehr dran komme aber diesmal glaube ich die glaube ich in die ecke weil in der ecke laufen eigentlich so gut wie die zombies einmal kurz aufsammeln so direkt los gehen so ja explodier du erstmal in der ruhe so die kommen jetzt alle in der ecke äh da oben haben wir noch ein bisschen was äh hier ich schmeiß die jetzt da alle einfach mal in die ecke weil da werden die glaube ich und ich hoffe da werden sie nicht weggemacht so zisch ab so zwei haben wir schon mal ne der oben liegt da nicht mehr ist ja ein neues spiel ähm haben wir da noch einen ne da haben wir jetzt gerade keinen da in den schuppen haben wir noch ein bisschen was dann hätten wir schon mal vier so ich höre die schon alle sind schon alle auf dem weg hier alter das sind Waffen schön dass ich das bemerke naja komm nehmen wir einmal die hier bitte alles was wir jetzt hier so vor uns haben einfach mal weg ballern können alter die schießen mich mit ab ist das problem so die ihren sind wieder unterwegs und ich hole gerade den vierten kanister nehm ich extra so einen kleinen bogen hier drungen oh shit zieh ab zieh ab kollege nein ich schaff das haha wie lustig ich gerade an dem vorbeigegangen bin das fand ich ziemlich lustig ganz ehrlich ich fand das das war irgendwie so ein kleines highlight in dieser aufnahme das der ist einfach so in der trippe an mir vorbeigegangen ganz easy zieh ab nee wir tun erstmal die hier in der nähe weg machen alter nein du hinterlistiger smoker es stinkt es stinkt ich sag dir es stinkt so da haben wir auch noch ein kanister nein nein fuck ist so ein mist ich würde sagen immer noch hoch ah das war ein dummer fehler geh doch weg hier so den kloppen wir da wieder in die ecke wir haben jetzt 1,2,3,4,5 5 haben wir schon äh ich gehe direkt einfach mal weiter es tut mir leid leute ich kann euch echt nicht beschützen ich muss diesen auftrag hier machen ja brennt rein äh bleibt drin so so 6 haben wir jetzt meines Erachtens nach wir hatten gerade 8 meine ich ne ja ich glaube wir hatten 8 was liegt denn da unten achso das sind meine Kanister oh nein 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 so der war wieder hinter mir her wie immer alter echt jetzt echt jetzt boah alter danke Coach danke ich will das jetzt echt so So, den muss ich doch jetzt hier schaffen, oder? Gut, dass es auch kein Alarm an der Gang hat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 haben wir. Die anderen schaffen wir jetzt auch, komm. Alter. Alter. Fuck.